Miau! Willkommen zurück zu Fiiiirrrr! Oh, weiter geht's! Mhh, die ehrlende Ballerei. Ach, Kinder. Ah! Nein, wollte ich gar nicht. Ich wollte rennen. Ich wollte nicht extra langsam sein. Ich warte jetzt, bis sie hier rauskommen, die Wichser. Tja, neue Woche jetzt. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Ich nehm gerade... Weit im Voraus auch, würde ich sagen. Habe ich Planaten? Nein, okay. Oh, schade. Okay. Ach, wie blöd. Aber ich nehm gerade zwei Wochen im Voraus auch, um genau zu sein. Ich würd gern, dass sie rauskommen. Ich möcht das gerade gar nicht. Und im Moment... AHH! Ich bin so blöd! Hahahaha! AHH! Was ist denn los mit mir? Und ich möchte extra jetzt schon Fiiir weiter aufnehmen. Damit... ...ich dann Deponia... ...aufnehmen kann. Ganz in Ruhe quasi schon... ...passt so als Belohnung. Was seid ihr denn für Orges? Sind die neu? Hallo? Meine Bolzen hängen dir in der Fresse und du rennst trotzdem noch so auf mich los. Was ist eigentlich... Eieieiei! Ehehehe! Ah! Ich hab dich gesehen! Ich fand das schon sehr lustig, wie ich eben die... ...Granate in meine Richtung geschossen habe. Okay. Ja, es ist halt... Es nervt mich, dass das einfach die ganze Zeit nur Geballer ist, muss ich sagen. Es nervt mich leider sehr im Moment. Es ist mir leid, weil ich das Spiel eigentlich die ganze Zeit relativ gut finde. Okay, kann ich nix tun. Ach ja! Dann komm mal drunter. Ein junger Mann. Ist auch gerade immer noch mal eine Woche, in der ich krankgeschrieben bin. Deshalb auch das Genesen. Ich muss sagen, ich fühle mich mittlerweile schon gar nicht mehr... ...Erkältet. Ich fühle mich einfach... ...unendlich schlapp im Moment, muss ich sagen. Es ist ganz seltsam. Oh, guck mal, ne Maus. Oder? Ich glaub schon. Und... ...das verwirrt mich so ein bisschen, weil... ...wenn ich, äh, erkältet bin und Halsschmerzen und Husten habe und... ...ja, okay, meine Nase ist schon zu. Ich hab einfach nur ein sehr gutes Nasenspray. Normalerweise. Muss ich jetzt auch gleich mal wieder nehmen. Aber... ...dadurch verwirrt es mich, weil ich mich sehr, sehr... ...schlapp und erledigt fühle, aber nicht... ...die Erkältung wirklich fühle. Das ist... ...macht für mich irgendwie keinen Sinn. Aber gut. Nicht jeder Infekt ist gleich. Okay. Ah. Ein Lüftungsschacht. Na klar. Ah, ich glaub ich spreche immer wieder. ...mhmhm... ...mhm... 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 So. Okay. Ah, hätte ich mehr sparen können. Intervall 07. Redirection. Flight. So, ich muss das aufschreiben. Nein. So, Situation. Fear operative was separated from Alice Wade. Ja, habe ich mitgekriegt. Her present whereabouts are unknown and she isn't responding to comlink transmissions. Interferences preventing Hannibal 3 satellite reconnaissance mission. Primary objects to locate Alice Wade and secure HLZ for Evac Helicopter. Wow, wir müssen jetzt mal im Moment nicht den anderen Typen als Primary Objective finden. Hm. Aber sie will ich gar nicht unbedingt finden, weil sie ist jetzt halt mit dem Psychokind... ...unterwegs. Und... ...mit dem Kind will ich nichts zu tun haben. ...mhm. Aber es war... ...leicht. Ja. Kann ich eigentlich? Nein, okay. Ich weiß ja nicht. Oh, und ich habe es nicht gesehen. ...und du bist derjenige, den ich überraschend bin. Du musst nur etwas entschuldigen. Du musst nur aufschleiten. Du bist derjenige. Du bist derjenige. Du bist derjenige. Du musst sie wegkommen, bevor sie sich zu verletzt. Hihihi, komm ich raus. Was ist denn hier los? Aha. Ach, da sind schon wieder so viele Typen. Ich hab keinen Bock mehr auf das Geballer, echt. Passte aus. Eher springen ruhig. Bis tot, bevor du aufkommst. Baller, baller, baller. Nein, das ist wieder so eine Schale. Ach, Kinder, echt. Ich möchte das nicht. Grenade! Ich bin eingetroffen, natürlich. Das sind ja noch nicht mehr Explosivfässer. Was soll ich denn damit anfangen? Erklärt mir das mal. Was ist denn? Oh, vor allem ein Schritt geschossen. Das war nicht sehr nett von mir. Ah! Ah! Aber letztendlich ist Tod halt gleich tot. Ah, Mann! Boah, ich hab viel coolere Tricks als ich. Hab ich euch jetzt alle? Ich speichere mal. So, das hier ist jetzt auch wieder so ein Areal, wo ich den Weg einfach nicht finden werde. Oh, guck mal, mein Kopf! Uh! Aber wenn du da oben bist, kann ich dich nicht looten. Aber immerhin lässt du deine Waffe tiefer fallen. Das ist nett. Okay. So. Was ist das, wenn ich hier hingehe? Ah, der Mund ist aber schön. Sehr schön. Was ist das denn? Okay. Weiß niemand. Hier komm ich ja jetzt sicherlich gut rein. Lass mich erstmal schauen. Was ist denn mit der Tür, durch die sie abgehauen ist? Kann ich da rein? Nö. Hat sie mit Superkleber festgeklebt. Kommen wir nicht durch. Kann man hier eigentlich nicht rennen? Schneller rennen? Konnte man noch, oder nicht? Das Spiel verwirrt mich einfach immer noch, obwohl ich es jetzt schon so lange spiele. Oh ne, nur der Witcher hat längere Speicherzeiten. Wie könnte er denn schon hier drin sein? Ich kann doch selbst gerade erst hier rein. Oh ne, nur der Witcher hat längere Speicherzeiten. Wie könnte er denn schon hier drin sein? Ich kann doch selbst gerade erst hier rein. Oh nein! Och man, ey. Ohne Scheiß. Ich mach das jetzt von hier. Ich hab keine Medkits mehr. Keine Granaten. Hinter dem Kohleautomaten stecken das Feige. Kollege, du ballerst gegen die Wand. Was macht ihr denn da? Kämpft ihr jetzt gegeneinander? Wäre auch schön. Wäre auch schön. Oh nein. Das ist lustig. Ah, das soll ich von hier nicht. Doch. Da waren aber noch mehr. Ah ja. Dead or nay? Shit. Die Musik, die die hatten, haben sie gar nicht so lange konzipiert, dass ich die jetzt noch hören könnte. So, soll ich mal ein klick versuchen? Ihr wisst wie immer, ich speicher erst. Ach, zwei wart ihr sogar und ich wundere mich schon. Ach, guck. Fuck. Warum könnt ihr eigentlich mit den Aufzügen dran nehmen? Ehrlich jetzt. Bist du tot? Hast du halt gerade mal ein Päuschen gemacht, oder wie ist das? So, lass mich raten. Ich muss durch die Tür, weil... Ach, aus magischen Gründen kann ich nicht mit den Aufzügen fahren und hier ist sonst nichts. Ruhm eigentlich nicht. Warum könnt ihr das? Das ist nicht fair. Die haben bessere Skills als ich. Ich hab kaum noch Energie. So redet er über sie. Oder können die Kanäle switchen, dass sie das nicht hört? Ah, die langen Ladezeiten nutzen für einen guten Schluck Tee. Aha, hallo. Und ich konnte meine kranke Woche nicht mal dafür nutzen, um in Ruhe so ein bisschen... Ah. Pathologic zu spielen, weil ich das eigentlich bei diesem Wetter im Moment sehr gerne spielen würde. Aber ich war so krank, dass ich einfach so viel auf der Couch gepennt habe und nichts dagegen unternehmen konnte. Boah, drei Stück. Nachdenkliche? 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 Schauen wir uns zur Jacke. Das ist, wenn sie noch einen Aufzünte Bruder. Ja, ich sag mir... Sagen wirklich. Ja, nachdenkliche. Nachdenkliche ist es nicht gut. Ich sage, dass ich mich auf das Schluck'm Alzheimer ist, wenn sie oder andere kleine Tiere sind woher attunlich!" Nachdenkliche. Achst das automatisch herausgegangen, wenn sie nur in die Flamme kann und ztochen sieтерle sie von einfach. Nachdenkliche? Wenn sie zu dir auswachen, sagen wir, dass wir hier an die Bergung für ein paar eine Originie haben. Nachdenkliche? Nachdenkliche? Genevieve Aristide. Phil, wie ist es? Es ist Genevieve. Ich habe dich nicht in Maurice gesehen. Wir sollten uns zusammen mit einer happy-hour, als diese Scheiße überstehen. Speaking of which, ich habe ein favorit zu fragen. Ich weiß, dass du und Harlan zurückkommen, also ich habe, dass du mit ihm versuchen kannst. Er hat mich nicht verabschiedet, um diese pooren Menschen in die Vault zu senden, als ob ich glücklich bin, was passiert. Ich habe einen Fehler gemacht, aber ich sehe nicht, warum jeder andere sollte das payen. Ich sehe nicht, warum er das nicht verabschiedet hat. Next, message von Genevieve Aristide. Hi, es Genevieve. Ich möchte nur sagen, dass die Origin-Facility eine Verabschung lange bevor diese Situation eröffnet wurde. Ich war einfach nur zu verabschieden, ein alten Mess. Ich war, dass wir vielleicht noch nicht renovate oder sogar re-Purpose das Site, aber das Risiko ist nicht wahr. Ich sehe keine Alternative, Okay, ihr Lieben, wieder mal ein Part voller Geballer. Ich kann es euch nicht übel nehmen, wenn es euch nervt, weil ich finde es selber jetzt ein bisschen triste mittlerweile. Aber die Gute, ihr habt sie ja sicherlich auch schon gesehen, steht hier wieder rum und Alice Wait, meine ich. Und dann geht es sicherlich morgen vielleicht mal wieder ein bisschen anders hier zur Sache. Ich bleibe gespannt, hoffe ihr auch. Danke euch wie immer, dass ihr dabei seid. Und hoffe, ihr schaltet trotzdem morgen wieder ein. Bye, fear. Dankeschön. Bis dann.